Musik Mit Hilfe unseres Aquaterm Red Pipe haben wir die Möglichkeit, Sprinklersysteme zu realisieren. Wie Sie im Hintergrund sehen können, ist im Kühlbogen in Düsseldorf dieses System eingebaut worden. Dabei war insbesondere für den Planer und Architekten wichtig, ein Sprinklersystem im Beton zu verlegen. Aufgrund seiner Eigenschaften ist dieses Polypropylenrohr dafür geeignet.